Der Transfermarkt ist verrückt. Die Preise sind außer Kontrolle. Das ist meine Meinung. Er ist außer Kontrolle und das ist nicht mehr gesund. Es gibt keine Relation mehr zu den Leuten, die ins Stadion kommen, um die Spiele zu sehen. Man muss vorsichtig sein, diese Leute nicht zu verlieren. Wenn es nur noch um Geld und Geschäfte geht, dann werden wir sie verlieren. Das Spiel und diese Show sind für die normalen Leute und für die Kinder. Es ist einfach zu viel Geld im Umlauf. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann es völlig außer Kontrolle gerät und der Markt sich in die Luft jagt. Wir versuchen aber auf dem Boden zu bleiben und unseren eigenen Weg zu gehen.